50 mm Zehnschüsse von Iskra. Die haben alle 50 mm und Zehnschüsse. Angefangen dann kommt die Posuga, dann kommt die Niev, dann kommt die Eruptia und dann zum Schluss kommt die Pompi. Alle nacheinander weg. So kann losgehen. Ich wollte dahinten auf dem Satzschügel runterziehen, dass es nicht geht, weil der Knüppsel abgezogen ist. Der Knüppsel ist abgefahren, der geht nicht mehr dran. Off bail. Off bail. Off bail. Off bail. Off bail. Off bail. Schön. Vielen Dank. Oh, hellish. Oh, hellish. Das war bis jetzt der schlechteste von denen. Und es rieselt aber noch. Jetzt kommt Pommes. Oh, hellish. Also das war der Beste. Das war's, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.